Die dritte Liga ist in der dritte Halbzeit. Die dritte Liga ist in der dritte Liga. 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 Geist auf! 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 Geist zurück in den Bereich. Ihr habt eine Freundschaft und keine Feindschaft. Geist zurück in eurem Bereich und verhaltet euch so wie vor dem Spiel. Vorsiedlich her! Geist auf! Geist auf! Geist auf! Das war's für heute. Das ist ein Fortschritt. Wir sollen Fortschritt vor Ort. Oh, 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 oh. Es ist aufgedreht. Es ist unverschämt. Ich sage, es ist noch ein Stiefeld. Ich habe wieder vorhin. Noch mehr schwarzer Block dazu. Noch mehr schwarzer Block dazu. Noch mehr schwarzer Block dazu. Noch mehr da ein bisschen gemacht. Noch mehr da ein bisschen hier. Noch mehr da ein bisschen hier. Oder es ist auch eine Böge. Der hat einen Köhren, der hat einen Köhren, der hat einen Köhren, der hat einen Köhren. Und wie etwas ist, Der hat einen Köhren, den hat einen Köhren, Und wie, die glaube ich nicht, gar nicht nur auf den Köhren, sondern wie viel zufrieden ist. Nur mit deinem Köhren,